so willkommen wieder und zu einer weiteren folge abiotik faktor heißt ja wir mussten noch die grüne pumpe und die rote pumpe reparieren wir waren jetzt eine ganz lange zeit auch nicht drin in dem game weil wir hatten erstens ordentlich vor produziert und dann hat es dann gefallen an dbd gefunden und haben wir erst mal da dann ein bisschen da hinten laufen auf jeden fall irgendwelche spackos wieder wir kommen wir gehen hier hoch wir gehen erst mal hier hoch irgendwas zum aufladen müssen auf jeden fall noch finden ok wir haben jetzt muss auch 9 mm okay es gab auf jeden fall auch ein paar updates die stand jetzt nicht ich meine hier drin mussten wir auch irgendwas reparieren oder nicht muss mir die letzte folge mal anschauen wenn man länger zeitlich drin war sie eigentlich was drin das war das hier war irgendwo auch ein unsichtbares monster es ist daran sieht man ja sie ist er kann ich eigentlich gerade wieder ich glaube ja ja okay alles klar das war wirklich nice und ich meine hier in der mitte konnten wir was reparieren hier hier muss was rein flusskontroll modul optische linse habe ich drin okay jetzt nur noch diese oder ist noch ein unsichtbarer so ja ist dann rucksack ja den könnte ich aber nur mitnehmen hier oben drin waren wir auch schon ja ja darum waren wir auch schon drin so aber nur wo es jetzt ist es rote die rote pumpe wo war die denn jetzt müsste eigentlich irgendwo hier ist grünes kabel also hier sind die sind gegner ist hier hoch okay zu spät ist konzert verfolgen erst noch eins ja ja die haben aber radioaktivität naja ich lasse ich mal lieber hier ich bin ja du haus aber jetzt auch nur noch die granaten raus hier ist so ein ding das brauchen was brauchen wir denn ich will hier nichts essen falls du das meintest ach so der will wissen ob ich was trinken möchte so wir müssen irgendwie guck mal hier oben ist doch die grüne pipeline und wir müssen jetzt bestimmt die rote pipeline finden ich sehe ich habe sie ich habe sie ich habe sie hier könnte aber was zum aufladen sein dann könnten wir vielleicht ja die sachen aufladen ich weiß nicht ich muss mich mal heilen glaube ich habe kein emma das ist nicht gut also ich verliere kein blut hast du wieder granaten geworfen ich musste ich habe keinen emma mehr ich habe den marken gefunden ist wo ist andere jetzt so ist beide tot solche war ja das portal zu diesem komischen zug ist ja auch nichts zum aufladen jetzt hier nach oben ja ja aber hier ist auch nichts keine aufladestation ist ja auch nicht das können wir schon nein ich will runter ich gucke auf die andere seite und seit dem neuesten update gibt es ja hier auf jeden fall ist ja die temperatur glaube ich noch ein bisschen anyone else getting a bit hungry das sind hier ich habe das ist nicht gut ich sterbe ich habe keine emma wie viel hält er denn aus verdammt mich nicht okay ja ebenается wo willst du hin kollego willst du hin so hier ist wasser auf jeden fall wasser trinken ich habe auf jeden fall in den knochenbruch glaube ich jetzt natürlich nichts drin brauchst du tränke nicht hier oben ist auch ein wasser ding noch genug wasser egal hau rein also ich habe irgendwie ein strahlungsproblem auf jeden fall meine tasche ist auch nichts dabei das trauen gibt ja ich habe doch es doch irgendwas habe ich bei was ich kann es auch wegtun fallen lassen irgendwie kaputt hier oben heißt auf jeden fall die rote vielleicht müssen wir das hier auch reparieren du bist ziemlich hungrig tretten nutzt nix aber wenn ich jetzt krank ja es repariert überlade den synchron sinkt synchrotron ich brauche ich bin glaube ich gleich irgendwann tot wir brauchen wir schlüssel muss kurz versessen wo bist du ja ich bin hier hier oben wo bist du denn sonst wieder unten hat er auch nicht sehe ich da pass auf wir müssen kommen wir gehen mal hier den wir gehen einfach mal dahin also mir geht es jetzt nicht so gut nämlich gebrochene knochen ich habe strahlung ich kotze die ganze zeit eine spritze oder das ist das ding guck mal hier stimmt da gehen wir alle drei nach oben und noch höher oder was hier ist was zum laden ja also hier ist was zum laden warum kann ich nicht sagen also weil ich da draufstehen habe ich habe jetzt den sperren aufgelegt warte sperren muss noch ein bisschen das laden ruhe scharf ach der gibt jetzt den ton sogar ab ja dann lad du mal was auf was du brauchst oh der oben ist ein typ du bist am verhungern meine fresse die brauchen war diese währung stehen muss ich auf klo ja ja ich nicht ich glaube hier auf der seite ja ich bin es gleich mal spiel noch hast du noch nahrung weist warum muss man jedes mal aufstehen ich weiß nicht was du da machst da oder war es sieht interessant aus ja genau vielleicht irgendwo zu essen ich habe starke magenschmerzen ok warte mal ich will aber noch meine meine komische was habe ich jetzt gemacht die stirnlampe die will ich noch einmal auch aufladen und dann müssen wir glaube ich hoch dann konnten wir da oben er genau da oben überlade oh gott wenn ich das überhaupt schaffe du bist am verdursten hat er uns jetzt gesehen hier kommt also wir setzen jetzt hoch und action heute wie oh shit 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 war das hier doch 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 ist richtig kannst du mich noch ich bin komplett oder doch bin ich bin komplett tot ja warte dann muss ich da muss ich aber vorbeikommen okay ich habe auch nichts dabei dann musst du auf mich kurz warten wie komme ich denn jetzt am schnellsten dahin im schrank habe ich mit dass das das habe ich auch nicht also ich habe keine muni mehr so was brauchst denn dafür hier um das zu reparieren wie komme ich jetzt am schnellsten ein das ist die frage ist ja überhaupt einen shot kann ja ich glaube schon was ich fahre mal kurz mit der tram aber wo war das dann nochmal warte mal ich muss überlegen weil wir sind das erste mal ja da oben eh lang gegangen glaube ich und ich hoffe ich mache das richtige ja war das nicht hier hier geht es nur hoch ich weiß nicht wo lagen ich weiß nicht wo lagen wo war es denn ja doch ich weiß glaube ich wo ich hier kann nicht lang noch gott ja 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 genau hier war das lang dann da lang dann bin ich gleich durch da jo 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 okay ja gut mein staff habe ich auch alles klar jetzt muss man hier natürlich wieder auf den push button machen soll holst du dir kaffee oder was ich war wieder disconnected warum dann auch komisch also ich bin schon wieder ich bin schon beim button okay vielleicht hätte ich sie erst mal fragen sollen aber ist wieder frage okay jetzt müssen wir wieder dahin oder was jetzt kann ich aber den weg hier lang jetzt so runter noch weiter runter wir müssen wieder ok das ganze ding ist jetzt weg aber nun sind öffnungen schafft okay hier sich blut nichts ist auch blut blut okay also jenet you always say my side is out of control this project is different i feel more in control than i've ever been are you sure about this abe of course i'm sure janet do you remember the pocket dimension i remember the pocket dimension this is completely different we're fighting fire with fire never let me try this but if i can just bootstrap the neural array i should be able to aha oh oh no janet oh my god it's loose run janet oh jetzt komme ich rein was ist das hier schädlings teleporter glasstöcke telepoten oh ja this is dr mance if you had asked me five years ago what our chances of using the perforation system as a stable travel network were i would have assumed i was talking to an imbecile today such a network seems within our grasp the t3 unit or the dark lens they're calling it has proven exceptionally successful there are few places on earth we cannot access under stable conditions and finally we can create those stable conditions in theory i would say our ambitions have extended far beyond their origins far beyond ich habe die ersten getroppt danke also wir müssen hier irgendwas aber machen also hier kommen wir drunter her naja ich konnte durch den zaun hier da hinten stand aber auch noch in der art geländer zu sein okay warte mal hier ist xr com wald live sie report einschlusszeltür und kultur okay wir können hier auch irgendwie durch oh hier ist irgendwas leag essenz rosa farbe warte ich lasse ich glaube da warte mal ich habe zu eben gegessen warum sagst du hier ich doch mal was nimm das auch mal das ist rosa farbe irgendwas pink paint iso nine one is the most intense av candidate we've ever encountered despite its appearance it's a trans corporeal entity of some kind invulnerable to any of the physical deterrence we've tested so far walls doors shielding they do nothing to impede it intriguingly it only appears to a single viewer at one time dr stern has that dubious honor he identified in the field and it followed him back here began materializing in the facility looking for him like a lost puppy spricht er von diesem wesen was man wenn man zählt sieht dass man zu reporten soll ja und jetzt mache ich diese türen auf jetzt es ist hier reportet aber er sagte das erscheint immer nur einem betrachter was habe ich denn jetzt aufgemacht ich habe null checkung hier geht es auch noch weiter jetzt irgendwie hoch warte ich gucke mal kurz okay okay oben sind zumindest ein paar stühle sessel und so weiter e mail terminal das muss weg so als ich letzte woche cascade besuchte bekam ich eine führung durch die primäre eindämmungskammer um es ganz klar zu sagen dinge wie es 0513 sollten in keiner unserer anlagen gelagert werden ich werde mit keystone sprechen wenn sich das nicht ändert ich will dass es weg ist ich entschuldige mich für die unanämlichkeiten die die anwesenheit von es verursacht hat aber als forschungsleiter von gate erinnere ich daran dass wir diese dinge aus genau diesem grund eindämmen befinden zwar nicht heraus welche eigenschaften hier genau im spiel ist aber du scheinst ziemlich anfällig für ihre auswirkung zu sein kurz gesagt wir alle hassen es aber wir können uns nicht davon abhalten ich verstehe was du sagst der aber mit dem ding stimmt etwas nicht man kann das spüren ehrlich gesagt ich spüre es immer noch dieser effekt dürfte wieder abklingen versuche in der zwischenzeit an etwas anderes zu denken ich habe die eine unserer anfänger tipps zum aufbrechen weicher sie hazard links geschickt ok man kriegt hier zumindest ein tagebuch eintrag ich sehe gerade nehmen sollte ich das melden entspannt vergessen kein grund zur sorge es ist eingedämmte sucht sich bei ein neues ziel also ich bin mir bin mir unschlüssig gerade hier passiert hier noch viel grein der test also aber wir gehen da noch nicht rein stauen würde ich sagen ich muss jetzt irgendwie auch ich muss das essen ich kann noch einen dinge teilen schlafen muss ich auch wir müssen auf jeden fall zwar nach hause was war und man stoppelteilen nur eine zack fallen lassen hier ist noch ding hier ist eine tür okay bist du hier durch die tür ja du hast ja was habe ich aufgemacht hier aufgemacht ja ich war hier runter hier sind noch ein paar sachen da brauchen wir auf jeden fall hier ist wieder ein auto oh weiter geht es sich gut in kash okay auch steht nur stank level okay ich nehme einfach mal ein paar sachen mit geld nehmen wir auch mit hier ja ich muss ich glaube ich noch ein paar monimus machen sonst ja gut das geht ja immer oh ich hab gott lex ja habe ich auch gab kann man jedoch brennen und man kann sich hingegen ist natürlich träum gerade süß direkt schön neben der leiche pennen weiß sie ist ein paar meter weiter warum blinkt denn meine lampe so ist noch ein e mail terminal legat sind deine brüder bereit unser agent ist vor ort und kann die dunkle linse entfernen wenn alles bereit ist er wartet lediglich auf das signal sick divinitor wir dürfen aber nicht vergessen das gerät zu entfernen destabilisiert das system es besteht durchaus risiken dies sind umstände den chaos unsere ziele unsere ziele nur fördert das versichere ich dir ich erinnere dich an die latzone okay ist auf jeden fall er ist strom hier könnte man eine base bauen ok hier kann man drauf was ist das zement oder ist das kaputt machen weil das kann ich nicht schrauben schlüssel das schrauben hier ist noch ein klo hier könnte man eine gute base hinbauen irgendwie hier rein hier ist aber nichts ja gut theoretisch jetzt müssen wir jetzt mal zurück zur base geht es nicht ja hier bei dem lkw wo ich bin hier aber warte ist es orange ist gerade schon am leuchten ja wenn du dann sagst ich gehe mal hier runter ja gut einfach von der brücke runter also ich will eine sache gucken ich fühle mich gut das hier kann ich aber nie auch und ich muss erstmal nirgelt leute ne 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 leute super ja ne ne nirgelt nirgelt ne können wir hier runter springen ja vielleicht ja das geht nicht so egal ich bin doch doch dann ist alles wieder gehört muss nur den weg zurück finden ja noch also ich wir müssen jetzt eigentlich nur wieder aus diesem synchronitronen oder so was ähnliches raus wieder hoch etwas liegt in der luft so schnell hat es mit einem gebrochenen bein jetzt das hat mein bein gefüllt und wir gehen jetzt einmal so ich hoffe das ist jetzt der bessere aber du hast noch trinken oder aber das eine 80 sekunde und ich werde von hohe in fünf sekunden sterben also ich habe nichts mehr mehr ja du bist ich kann dich nicht wiederbeleben ja dann bleib erst in einer base obwohl du hast jetzt natürlich hier die ganzen das zu viel ammunition und was dann auch was war denn da kann man nicht mitnehmen also muss ich sagen hier ist einfach so geradeaus oder sind noch mehr okay das geht nicht so weit die kriege ich eigentlich diese bionischen arm schienen so ich gehe erst mal zurück aber falsche abschlag genommen ich muss mich waschen stimmt ist das das ding was da in der arm und ist kann ich mich auch hier mit waschen ich finde ich einfach ich will ich will auch nicht konfirmen scheiße okay kann ich erst mal wieder diese dinge herstellen das ist das wichtigste also zwei davon kann ich herstellen 20 scheiben das wenig so dass das das schlüsselanhänger geiger zähler geil okay so das können wir auch machen was das rosa farbe improvisierte pinke farbe aber gut genug um objekte wie barrikaden und brücken einzufärben eine kleine kartoffel mit einer kette daran kochtresen darauf bin ich gespannt den gab es ja glaube ich durch das update jetzt so was macht ihr eine große zweiseitige station die sowohl die kreation von speiserezepten als auch die zubereitung von fisch ermöglicht fisch wo können wir jetzt eigentlich fische fangen brecheisen ach du heilige brecheisen 2.0 an iconic close quarters heavy weapon heavy weapon drags enemies torsio ok röntgenturm ich erforsche auch mal das nicht das nicht und wahrscheinlich das oder das leistungsstarker stationärer turm der in der lage ist röntgen strahlen empfindliche wesen abzuwehren oder zu unterdrücken schädlingsteleporter wofür ist eigentlich da ein fantastisches gerät das ressourcen in gerade teleportierte schädlinge verwandeln kann das ressourcen in gerade teleportierte schädlinge verwandeln kann ein pistole ist gebrochen das geht gar nicht also wir müssen das ding mal herstellen um zu wissen was es genau ist es sieht mir so aus als wenn wir da irgendwas rein tun können dann kriegen wir irgendein gegenstand zurück wie beim händler sieht das so aus aber dafür brauchen wir eine ausgebrochene cpu ich weiß nicht was das ist anomalie ist klar bist du hier ist doch ja ich habe es geschafft ich dachte schon wer kommt denn da so ach so ich kann das kaputt glaube ich aber praten auch dringend wieder heißen wir wollen mal nicht so ich muss auch immer warum haben wir das ding ach du heiliger und es mit den pflanzen die wir haben die sind alle fertig war stimmt hatten wir eigentlich jetzt schon irgendwie so ein suppenrezept oder sowas ähnliches da war doch irgendwas so rezept ja gut okay dann würde ich sagen wir machen ende mit dieser folge und dann werden wir jetzt noch ein bisschen was einsortieren und so weiter ein bisschen organisieren im off dann vielen dank auf jeden fall fürs zuschauen wir kommen langsam wieder rein also ein tiefseedigen und ja über like abo und kommentar wenn wir uns freuen bis zur nächsten folge ciao 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 Musik Musik